Hallo und willkommen! Ich bin der MK3 und wie ihr seht, es ist natürlich noch mal Zeit für Warframe und vielleicht mal eins vorweg zu werfen. Mein Gott, war das heiß heute. War das heiß heute? Deswegen kommt das Video auch ein paar Minuten später heute raus, denn vorher war es absolut nicht auszuhalten bei mir im Zimmer. Aber wie dem auch sei, heute haben wir ganze drei Themen im Programm und ganz am Ende geben wir auch darauf ein, was dieser komische Gegenstand ist, ganz links gerade, wie wir hier vielleicht im Bildschirm gerade sehen, aber das wie gesagt gegen Ende des Videos. Aber davor gucken wir uns erstmal an, wie es aussieht mit dem Prime Vault, der bald zugehen wird, vor allem wann der zugehen wird für die jeweiligen Plattformen auch. Dann gucken wir uns an, was der neue Starter-Bundle sagt und in dem Zusammenhang übrigens auch, womöglich mache ich es sogar deswegen auch vorher, gucken wir uns auch Hotfix 2523 an, weil damit kam der ins Spiel. Ausgezeichnet. Sehen wir mal, was da so alles drin ist. Und vor allem, was hat überhaupt alles so aussagt und ob da irgendwas, ja, Sinniges überhaupt bei ist. Und damit wäre ich auch schon rüber gesprungen. Eben fürs erste Thema rüber auf die offizielle Seite. Hier oben steht es auch schon dick drüber. Ja, Prime Vault is closing soon. Also bald ist es mal wieder vorbei mit diesen beiden Prime Warframes, die ihr momentan noch im Spiel farmen gehen könnt. Und danach ist es erstmal wieder vorbei, bis wann die Devs halt auf die Idee kommen, sind die normalen Spiel zu tackern. Und ja, natürlich alle Sachen, die, also auch die Möglichkeit, natürlich diese speziellen Prime Accessoire Aspects zu kaufen, auch diese Gelegenheit verschwindet damit natürlich dann mit. Natürlich die Sachen, die wir zuvor gebracht haben, müssen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen. Das habe ich in der Vergangenheit ja schon mal getan. Gehen wir lieber auf den letzten Punkt hier unten ein, nämlich wann verschwinden diese Klamotten wieder aus dem Spiel. Momentan sieht es so aus, dass für den 2. Juli die Sachen verschwinden werden. Für den PC, Xbox One, als auch für die Nintendo Switch. Und für die Playstation haben wir wieder extra Würste am Braten, im wahrsten Sinne des Wortes. Nämlich, wir reden von Playstation 4. Würde erstmal in Nordamerika am 2. Juli verschwinden, Europa am 3. Juli, generell Asien scheinbar 3. Juli. Aber Japan ist dann nochmal draußen vor mit dem 4. Juli. Was ist da los mit der Playstation 4? Was ist da am Laufen? Ist ja auch völlig egal, aber jetzt wisst ihr ja schon mal, wann die Klamotte Pima Down aus dem Spiel verschwinden wird. Weil noch ist es natürlich nicht so weit, noch ist es nicht so weit. Aber somit habt ihr noch ein bisschen Zeit, eben noch ein paar Relikte vielleicht zu bunkern. Solltet ihr vorhaben, die ganzen Kollegen später erst zu farmen. Soviel zum nächsten Thema also. Wie gesagt, gebt noch ein bisschen Gas, falls ihr die Warframes noch nicht haben solltet. Oder die Waffen, die die mitgebracht haben. Und ansonsten, ja, gehen wir direkt mal weiter. Und weiter geht's mit dem Hotfix 25.2.3. Und hier gab es eben wunderbaren neuen Starter-Bundle. Ja, hier werden wir auch gar nicht so viel Zeit momentan drauf verschwenden, weil das ist der dritte Teil danach vom Video. Und vor allem gibt es da noch extra Seiten, wo das ein bisschen besser erklärt und ein bisschen ausführlicher gezeigt wird. Aber generell ist hier eben schon mal vielleicht die Sache zu spoilern. Es sind eben Sachen drin, die ihr vielleicht unbedingt haben wollt, wenn ihr halt im Spiel anfangt. Wenn ihr nicht gerade mit anderen Leuten viel tauschen gehen wollt. Und eben auch ein paar optische Sachen. Ja, also nützliches, also optisch sinniges Fragezeichen. Naja, auf jeden Fall ist hier alles ein bisschen gegeben. Eigentlich eine schöne Idee, alles in allem gesehen. Aber dazu gleich ein bisschen mehr. Aber gut, gehen wir mal weiter hier mit den Changes. Ist da irgendwas sensationell Wichtiges passiert? Die vierte Fähigkeit von Wisp, Soulgate, wird jetzt endlich das Waffennachladen auch unterbrechen. Was bei allen, ja, Full-Body-Animation der Fall sein sollte. Na, okay. Eine der Buffs, die er durchaus Wukong haben kann, ist ja, dass er extra loot kriegt. Und scheinbar waren ein paar Gegner momentan davon noch ausgenommen. Das wurde jetzt aber auch gefixt. Dann gab es noch ein paar Optimisierungen. Okay. Und ansonsten ein Clipping-Fehler von ihm im Tausern-Skin. Wunderbar. Und, ach, noch ein Wukong-Passiv. Was ist da passiert? Oh ja, okay. Der Passiv, also die Idee, dass er ja extra Leben hat. Das refresht jetzt auch, wenn er ein Relais oder eine Stadt betritt. Das macht tatsächlich viel Sinn, weil sonst müsst ihr ja immer zwischendurch zum Schiff zurückkehren. Was ja ein bisschen käsig wäre. Gut, kommen wir nun zu den Fixen. Ist da irgendwas sensationell Wichtiges passiert? Okay, man konnte halt ein Problem haben mit dem Host-Migration. Das ist natürlich doof. Und Crash, was für ein Crash? Das ist jetzt mal eine sehr interessante Art von Crash. Also, man konnte crashen, wenn jemand auf dem Relais in der Stadt oder im Dojo einen Corrupted Mandacore-Track dabei hätte. Jetzt wird man schon dafür bestraft, dass andere irgendwie Blödsinn am Start haben. Meine Fresse. Naja, wie dem auch sei. Wobei, wie inwiefern Corrupted? War jetzt irgendein Flash-Sound, der nicht so sein soll, wie er müsste? Oder... Ne, werden wir wohl wahrscheinlich nie erfahren, was das genau heißt. Dann gab es ein Problem mit Saruyn. Wenn man eben jetzt nicht derjenige ist, der gehostet hat, die Mission. Dann von Toxic Lash. Also den Gift-Buff, der hat er nicht geprockt. Okay. Ist da jetzt irgendwas sonstiges? Lebens... Oh, wait, Moment. Oh, sehr interessant. Aura-Mods konnten doppelt stacken, wenn man einen Operator eingeschaltet hat, wenn man einen Umbau gespielt hat. Auch interessant. Schade, ob man sowas immer erst nachher rauskriegt. Denn der Geordas-Golem hat die falsche Richtung geguckt, wenn er rumgeflogen ist. Ähm... Von mir aus. Ist da sonst doch irgendwas total... Oh, wait a second. Was mit dem Stab hier mit Wukong? Okay, Wukongs Stab wäre stecken geblieben, wenn man während des Melee-Angriffes irgendeine Fähigkeit benutzt hätte. Oh. Oh. Hing mal denn mit dem Stab ein Gelände fest? Das stelle ich mir gerade irgendwie leicht. Irgendwie unterhalts aber lustig vor. Aber natürlich nicht für den, den es trifft. Dann ein paar Fahrprobleme. Aber sonst, wisst ihr, das ist alles sonst alles nicht wahnwitzig, wichtig. Vielleicht als letztes hier. Vielleicht noch kurz gucken, weil ich das Wort Chroma gelesen habe. Da hätte ein Hinweis texttechnisch gefehlt. Na, okay. Gehen wir mal schnell weiter. So, und jetzt womöglich etwas Interessanteres gerade für die neueren Warframe-Spieler. The New Warframe Starter Bundle. Jawohl. Und gehen wir mal kurz ein bisschen runter, damit wir die Sachen vielleicht ein bisschen besser sehen. Wobei, wir sehen uns gleich noch eine optisch schönere Seite an. Aber nur damit wir die Stats schon mal alle in Textform auch mal nochmal schön aufgelistet vor uns sehen. Auch mit einer kleinen Erklärung noch dabei, falls ihr dann fragt, was er überhaupt jeweils heißt. Natürlich, wir kriegen Platinum, was natürlich die Echtgeldwährung ist im Spiel. Wir kriegen jeweils sieben Tage Affinity Booster, was Erfahrungsbooster wäre, und Credit Booster. Crates brauchen wir auch für viele Sachen im Spiel. Deswegen ist das nicht unbedingt schlecht. Wird nämlich alle Erfahrungen als auch Crates eben verdoppelt. Dann gibt es den Essential Base Damage Mod to Bundle, den wir uns gleich ein Spiel nochmal ansehen werden. Da können wir nämlich genau sehen, was da alles drin ist. Das hier steht zwar schon bei, dass es eigentlich für die meisten Waffen im Spiel eben der Basis-Schadens-Motte-Boost wäre. Aber trotzdem gucken wir uns den mal gleich an, damit wir wirklich auch mal sehen, was da alles drin ist. Weil das ist gar nicht schlecht, finde ich persönlich. Ich muss sogar sagen, das finde ich exzellent, möchte ich beinahe sagen. Zumindest für neue Spiele. Dann ein Aroken Reaktor, der natürlich um Warframes zu verbessern ist. Dann ein Aroken Catalyst, um Waffen zu verbessern. Ein Warframe-Slot. Ich hätte gesagt, gib doch Leuten direkt vier. Warum nur einen? Ey, kommt von mir aus. Auf jeden Fall haben sie einen Warframe-Slot mit dabei getan. Wunderbar. Zwei Waffenslots. Okay. Und die Pyra-Syandana. Womit man einfach ein lustiges, flammendes Teil auf dem Rücken hat. Können wir uns das gleich auch mal kurz ansehen. Beziehungsweise wir sehen es gleich womöglich auch auf der anderen Anzeige noch. Und dann gibt es die Komuda-Glyphe und Komuda-Sitchell. Die Glyphe eben als Profilbild zum Anzeigen. Und dann die Wands-Brain und das Sitchell eben für auf die Brust. Yeah. Yeah. Gut. Ja. Aber das Ganze gibt es natürlich auch nochmal in schöner, optischer, ich sag mal aufbereiteter Form. So. Und das wäre jetzt auch eben die offizielle Starter-Pack-Seite. Und hier seht ihr auch schon diese großartige Syrandane, die ich auch tatsächlich im Spiel habe. Diese Flammen, die wabern wirklich vor sich hin. Und man kann es auch einfärben. Deswegen ist einer schon der schöneren Syrandanas im Spiel. Die tut auch sonst nichts, außer schön aussehen. Aber trotzdem Flammen auf dem Rücken haben. Manche Warframe sieht einfach mal zuckermäßig aus. Und hier sehen wir auch schon mal grob, welche Klamotten danach in dem Bundle drin sein werden. Als auch der Preis von 17,77. Und da drunter steht auch klein noch dabei. Ja. Einmal pro Account. Die ganze Sache auch nur. Gut, gut. Gehen wir mal ein bisschen weiter herunter. Dann werden wir vielleicht die ganze Sache nochmal anders mit den Bildern nochmal sehen. Ja. Hier. Platidum. Jawohl. Ja. Die Booster, die beiden. Hm. Warframe-Slots. Weapon-Slots. Ja. Wie gesagt. Ich hätte gesagt, da könnte man auch mehr beitun als nur jeweils. Ja. Eine Option. Weil Weapon-Slots, wenn ich mich gerade vertue, kaufen wir auch normalerweise im Doppelpack immer nur. Das hätte ich sagen können. Wie wäre es mit ein paar davon mehr. Aber hey. Okay. Die sind aber für immer schon mal dabei. Schön, schön. Dann Euro können. Ja. Wie gesagt. Der Catalyst. Also auch der Reaktor. Und eben dieser Base-Damage-Mod-Bundle. Und hier drunter kann man es auch noch ein bisschen jetzt auch mal sehen. Gerade die Glyphe. Mhm. Ja. Ja. Das erinnert mich gerade sehr irgendwie wirklich sehr extrem ähnlich zu der Lotus-Glyphen-Geschichte da. Zumindest vom Stil her. Und hier drunter eben nochmal das Sitchel für die Burst. Ja. Wunderbar. Mhm. Mhm. Gut, gut. So. Jetzt haben wir die ganzen Klamotten mal gesehen. Wunderbärchen. Und ich würde sagen. Ist ja unten noch irgendwas Wichtiges anderes. Nein, ist es nicht. Gut, gut. Ich würde sagen, dann haben wir so weit alles mal gesehen. Das Einzige, was wir auf jeden Fall jetzt noch rein uns ziehen werden im Zusammenhang, ist tatsächlich dieses. Nämlich der Base-Damage-Mod-Bundle. Ich sehe zwar eigentlich schon ein paar Sachen dabei, aber wisst ihr, was wir im Spiel, das wir mal gesehen haben, glaube ich, ist nicht schlecht. So, dann wäre ich mal oben gesprungen eben zum Markt. Und am besten, wir werden hier oben mal ganz geschickterweise hier die Bundles aus. Und ja, wir nehmen vielleicht diese letzte Option hier. Der Michelinius-Bundle. Hoffentlich ist das richtig gewesen. Oh ja, ausgezeichnet. Hier hätten wir nämlich auch schon eben diese ganzen Essential-Mod-Packs, die neu gekommen waren für eine kurze Zeit. Und ja, im Endeffekt ist es aber jetzt erstmal nur dieser Essential-Based-Damage-Mod-Bundle. Und ich muss sagen, der gefällt mir gar nicht schlecht, weil wir immerhin die Eingekämpung dabei als Ration für Basisschaden für Gewehre, dann Point Blank oder aus nächster Nähe hier eben für Schrotgewehre, dann hier Horned Strike Organisten-Stich eben für die Pistolen und zuletzt für die Nahkampfwaffen eben Pressure Point oder Druckpunkte. Warum nicht, sage ich schon. Aber warum nicht? Weil es ist nahezu alles, was wir im Spiel haben, könnte als Waffe, ist hier auf jeden Fall der passende Basisschadens-Mod bei. Zusätzlich gibt es nochmal 1.000 Endo und nochmal 50.000 Credits, damit man vielleicht die ganzen Klamotten noch ein bisschen aufwerten gehen kann. Finde ich gut. Finde ich tatsächlich gut. Auch der Preis, 75 Platinum, ist jetzt nicht so wahnwitzig teuer. Und auf jeden Fall ist man damit dann gut dabei. Wobei, okay, wir könnten uns jetzt argumentativ auseinandersetzen damit, dass für 75 Platinum wahrscheinlich man diese ganzen Mods auch im Spiel günstiger gehandelt kriegt. Aber für Leute, die jetzt gerade neu sind und vielleicht die ganze Sache noch nicht ganz durchschaut haben, wofür sie überhaupt ihr Platinum ausgeben sollen und womöglich sonst über den Tisch gezogen werden von anderen Spielern, ist die Option zumindest nicht verkehrt. Sagen wir mal so. Da hat man auf jeden Fall immer die Möglichkeit, gerade diese, ich sag mal, doch elementaren Mods einfach mal zu kriegen. Warum nicht? Warum nicht? Natürlich gibt es noch die ganzen anderen Mod-Bundles, die man natürlich sich holen könnte. Lass mich mal kurz bei Kälte reingucken, wie das damit aussieht. Ah, okay, man kriegt einfach für Gewehre, Schruttgewehre, Pistolen, als auch Nahkampf einfach für eben die 90% Bonus Kälteschadens-Mods, wo ich jetzt sagen würde, das würde ich jetzt nicht mehr unbedingt empfehlen. Basisschaden, ja, hier die Dinger, wiederum eher nicht. Seien Sie, was man vielleicht noch empfehlen wollen würde, wäre das hier, Essential Critical Chain-Smods. Wobei, wenn ich mich gerade so angucke, nee, vergiss, was ich gerade gesagt habe. Die droppen doch ein bisschen zu oft. Tja, was würde ich jetzt zu dem ganzen Pack sagen? Insgesamt gesehen, nachdem wir jetzt ja auf den Markt nochmal gerade geguckt haben, ich finde den ja nicht unbedingt schlecht, alles in allem gesehen. Gerade für Leute, die neu anfangen. Ich glaube, da ist genug bei, damit sie sagen können, sie haben was bekommen, was die Sache wert ist. Wie gesagt, bei ein paar Sachen hätte ich gesagt, da könnt ihr noch ein bisschen was beischmeißen. Kostet euch ja nichts. Aber wie Demokrat sei, zum großen Ganzen, zum großen Ganzen ist es eigentlich nicht verkehrt. Wenn man das gegenrechnen wollte und einzeln erwerben wollte, sonst, wie gesagt, außer das tauschen der Mods gerade im Spiel. Aber sonst der Rest, meh, meh. Ich meine, lasst mich ganz kurz gucken, weil wir haben 300 Platinum dafür gekriegt. Und natürlich ist mir gerade eingefallen, dass wenn ich die Liste hier im Spiel aktiviere, dass ihr sie gar nicht sehen könnt, weil es auf der Webseite aufgeht in der Sekunde. Aber wie ich mir auch gerade sage, ich habe die Sache jetzt ja auf jeden Fall gerade vor mir, standardmäßig sieht es ja doch so aus, wenn man gerade keinen Rabatt hat. Bezahlt man 17,77 eben für 300 Platinum, wo man einen Bonus von 70 dabei kriegt. Jetzt könnte man also gegenrechnen, für sich selber vielleicht gerade, alles, was ihr eben bei dem Starterpack außerhalb der 300 Platinum gesehen habt, ist das euch 70 Platinum wert. Wenn ja, ist dieser Packen definitiv besser, als sich diese 370 Platinum zu kaufen. Würde ich jetzt mal trocken behaupten. Das einzige Unterschied ist natürlich hier, naja, für die 370 Platinum können wir noch Rabatt kriegen und für diesen Starterpack sehr wahrscheinlich eben nicht. Und wir müssen an der Stelle gar nicht lange rechnen. Wir müssen wirklich gar nicht lange rechnen, ob die Sache irgendeiner Form sinnig wäre für den Anfänger oder zumindest gerechtfertigt vom Preis her. Gucken wir uns mal nur diesen 7-Tage-Cred-Booster alleine an, den wir kriegen im Spiel. Nur mal den alleine. Der kostet alleine schon 80 Platinum. Ja, das heißt, nur die beiden Booster alleine zusammengerechnet, werden schon 160 Platinum, den man so dabei geschmissen bekommt. Also mal so betrachtet, würde ich ganz trocken behaupten, das Paket lohnt sich in jedem Falle. Gerade für Leute, die neu sind, absolut Zucker, absolut Zucker. Wie gesagt, der Basisschaden-Mod und natürlich die beiden Booster, muss man nicht zwangsweise haben, aber ist immer schön, wenn man es hat. Und ja, weil einzig bei Boostern immer die Option, die ich bei Boostern gerne hätte, wäre, die Dinger später zu zünden und nicht automatisch aktiv sein, wenn man sie kauft. Das wäre, finde ich, eine sehr nationelle Idee. Weil, beim Ernst, gerade für Leute, die anfangen, wenn sie nicht gerade von anderen Leuten gezogen werden oder irgendwo hiermit hingenommen werden, wo du, ich sage jetzt mal, mehr Crids dropen oder man mehr Erfahrung kriegt, später im Spielverlauf macht der Booster wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Sinn als am Anfang. Aber ansonsten, rein von der Wertigkeit her, kann man nicht wirklich meckern. Und da muss ich mich auch mal zurücknehmen und sagen, okay, vielleicht macht es doch Sinn, dass es vielleicht nur ein Warframe-Slot ist und die beiden Waffenslots, weil der Rest zusammengerechnet ist schon eine Menge Holz wert. Okay, jetzt gucken wir uns kurz an, wo das blaue Gewaber hierher kommt, weil das habe ich vor kurzem erst entdeckt. Dazu gehe ich erst mal auf ein Relais, auf irgendeins. Und dann bin ich faul und benutze endlich mal die Schnellreiseoption im Spiel, die ich nahezu sonst nicht benutzt habe. Gehen wir direkt mal zu Cephalon Simaris. Und da wäre auch schon das Auge Mordos für Arme sozusagen. Ich sehe sehr aufdringlich, du hast noch nie was von einem persönlichen Raum oder so gehört, so Space und so, so nach dem Motto, geh mal weg und so, Abstand und so, egal. Geh mal kurz zu seinem Shop hier drüber. Weil hier ist ja einiges Neues dazugekommen. Ah, können wir jetzt endlich mal von gewissen Quests, auch gewisse Pläne von Warframes uns wieder organisieren. Sei es Atlas, sei es eben Chroma oder natürlich seine ganzen Einzelteile, was ich sehr schön finde. Das heißt, ich kann sie endlich aus dem Momentar kegeln, weil ich kann sie hier neu holen. Oder hier von Gaara zum Beispiel oder von Harrow. Haben wir die Quest abgeschlossen und die Sachen sollten dann aber für euch hier verfügbar sein, wenn ich es damals nicht falsch verstanden habe. Selbst so Kollegen wie Inneros sind dann hier auch vertreten. Finde ich sehr fein. Oder hier natürlich hier Nydas. Sind es wirklich alle hier beinahe? Ja, Octavia ist hier. Revenant ist da. Meine Fresse ist sogar hier. Titania. Das habe ich schon gerade überlegt. Gab es nicht noch andere Warframes? Die wir auf der Schiene nicht nur gekriegt haben. Ich glaube, die alten, da kann man die Quests über neue spielen. Und dann kriege ich die Klamotten nochmal neue Fragezeichen. Weil sonst würde ich sagen, ist Limbo hier irgendwo? Tun nicht von hinten irgendwas mit reinschmeißen. Aber bevor ich mich lange ablenken lasse. Es geht natürlich um diese Teile hier. Ja. Simares Research Console. Das Ding bringt leider auf dem Schiff gar nichts. Ich habe gehofft, dass da irgendeine Mechanik mit dranhängt. So aus wie euch. Kann man was forschen? Nein. Es sieht einfach nur blau aus. Und wir kriegen das gleich nochmal für Simares Offering Konsole. Es ist wirklich nur eine Dekoration. Ich hätte es jetzt schön gefunden, wenn man da irgendwas machen kann. So ein Privattelefon mit Simares. Wobei, das haben wir ja mehr oder weniger jetzt. Aber ich hätte es cool gefunden, wenn man direkt vom Schiff aus mit ihm, ich sage mal, Quests annehmen und abschließen könnte, wenn man eben so ein Ding gekauft hätte. Das würde ich mal Fortschritt nennen. Ich meine, ja, ich weiß. Wir haben jetzt die neue Übersicht für die ganzen, so die Karte gekriegt, wo alles zusammengefasst worden ist. Aber auch da würde man ja nur... Wow, wie der einen absolut unterbricht zwischendurch. Äh, wie dem auch sei. Aber, ne? Trotzdem wird ja, wenn ihr nur aufs Relais geschickt bei Simares und man kann die Sachen ja nicht irgendwie Quests annehmen oder so Geschichten. Das hätte ich jetzt gerne noch in dem Zusammenhang gesehen. Aber ja, hier gäbe es eben jetzt zwei Sachen und das habe ich mir jetzt mal geholt. Und ich dachte, es wäre sehr viel kleiner, ganz ehrlich gesagt. Ne, es ist tatsächlich ein relativ großes Teil. Und es sieht wirklich nicht schlecht aus. Das nächste wird wahrscheinlich hinter dir dann werden. Mhm. Seht ihr, was ich meine? Vom Schiff aus können wir ihn zwar besuchen gehen, aber Ausnahme von ehemaligen Sachen, die wir in der Vergangenheit abgeschlossen haben, diese Research von damals, wo wir einfach nur Text kriegen, können wir nicht wirklich viel mit ihm hier anstellen. Und mal im Ernst, wir können ja auch, wir müssen ja auch nicht die Station besuchen, um zum Beispiel, um zum Beispiel von Red Vale irgendwas zu kaufen. These will feed the fire. Wenn du sagst, können wir ja direkt hier hingehen und wir haben alles vor uns. Vielleicht kommt das noch irgendwann mal, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe irgendwie den Eindruck, die Devs wollen einfach, dass wir für Simaras die Station betreten. Wenn es vielleicht nur dafür ist. Aber soviel zu dem Thema erstmal. Danke fürs Vorbeischauen und Zuhören. Das war's vom G3. Und ja, soviel zum Thema erstmal wieder Warframe für heute. Und ja, dann sehen wir uns dann spätestens, ich würde mal sagen, Freitag wieder. Weil da kommt mal wieder Baro, wenn ich mich nicht völlig vertue gerade. Mal gucken, was er diesmal anschleppt. Könnt ihr auch mal was Sensationelles dabei sein, wo man sagt dann, oh mein Gott, damit hätte man ja gar nicht gerechnet. Wie gesagt, die Chance besteht ja immer wieder. Bis zum Tage also erstmal. Und jetzt ciao.